Wir sind wieder zurück bei TTT und äh, herzlichen Willkommen! Moin! Toll, Tobi, das war echt toll. Tobi, du bist so ein Spacken, ey. Wahnsinn. Curry macht aber auch grad's Tür aufs Tiefstar. Ja, ich bin in der Toilette. Ciao, mach's gut. Alter, leck mich am Arsch. Was hat er gemacht? Erik ist runtergefallen. Ich wollte einfach nur springen. Ey, Pan, die Map ist echt geil, ey. Ja? Ich komm hier oben gar nicht weg. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie du da wegkommen sollst. Hä? Alles klar. Pan, okay. Hätt's eh nicht geschafft. Hä? Oh, krass, wie gefährlich. Wann's mal! Hä? Ich stand da direkt daneben. Was ist denn die Kacke, Alter? Das klappt ja gut. Das klappt ja gut. Okay, die Map ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, glaub ich. Okay, alles oder nichts, in die Badewanne. Okay, let's go. Okay, wo? Ah, da. Ja, wobei, das Ding... Ich bin mal gespannt. Ich trau mich auch nicht. Pass auf das Babypuder auf. Wo ist denn der Ehring? Hö! Oh. Wie geil! Oh mein Gott! Ey, was ist denn das für eine Scheiß? Achso, ich bin ja tot. Tobi, Pan, wie ist es im Himmel? Ich springe jetzt ins Wasser von hier aus, okay? Das sollte doch eigentlich gehen, oder? Nein, Pan, lass es sein, bitte. Das ist immer eine gute Idee. Pan, mach mal bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo! Geil! Geiler Sprung ins Wasser, Pan. Wow, Pan, Alter. Richtig graziös einfach. Wow, Pan, Alter. Wie geil! So. Wow, hier ist er vor dem Fluss, ey. Oh, die Oma! Oh Gott, wie süß ist die Oma! Welche Oma? Wie der Tobi läuft. Hallo, Omi! Hallo, Omi! Eheh! Entschuldigung! Oh, moin, 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 moin. Ich pack rückgärts aus, ich pack rückgärts aus, ich pack rückgärts aus. Ich pack rückgärts aus. Ganz ruhig, jetzt nicht mehr weiter. Ganz ruhig. Hey, 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 hey! Leute, mach keine Scheiß, mach keine Scheiß, Leute. Hey, 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 hey! Waaaah! Da ist eine Traitor-Tür, glaub ich. Ich kann's leider nicht aufmachen. Der ist ein Traitor. Was ist mit dir los? Ehe, Eric, du bist voll gruselig, Mann! Hä? Was? Das ist wie beim Blaur Witch Project Ja, echt lustig Mach ich mich lustig, wenn du ein Düde bist und bei jedem Spiel verkackst Pan, mach ich mich dann heute lustig, Pan Nicht schießen, ich wechselschämen Sekunde, Sekunde Das ging mir mitten ins Herz Tobi Ich steh jetzt hier einfach an der Wand Ich glaube, der Erik war gerade im Tradershop Okay, da ist irgendjemand gerade gestorben Warte mal, da ist irgendjemand gerade gestorben Wo denn? Tobi ist tot, Erik ist es, Erik ist es. Ich hab nicht mal eine Waffe, ich hab nicht mal eine Waffe. Erik ist tot, du Arzt. Ich hab nicht mal eine Waffe. Ich hab nicht mal eine Waffe. Ich hab die Leiche gefunden von Tobi. Ich hab nicht mal eine Waffe. Ja, dann sag doch mal, warum du es nicht gewesen bist dann. Weil ich flippig bin. Okay, ich glaub dir. Aber wo bist du denn? Achso, ich muss ja suchen. Aber du darfst nicht weglaufen. Nee. Wir spielen Verstecken, offiziell. Hey, vorher weißt du, dass ich da drin bin? Ich hab dir irgendwie so eine Gitter rausgezogen, und ich hab dich sitzen sehen gerade. Schön. Du Arsch, du Lügenbaron, ey. Hä, was denn? War die geilste Szene? Mann, ich hab nicht mal eine Waffe. Peng, 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 peng. Oh, Mann. Oh, Mann. Und ich war mir nicht sicher, weil ich will ja auch keine randomkills machen. Willst du mich verarschen? Hä, was ist was? Du warst ja nicht sicher, Pan? Willst du mich verarschen? Ich war mir nicht sicher, weil der, der, der kam, der hatte wirklich keine offene Hand ans Ding gesehen. Ja. Aber der Erik und der Tobi waren zu, die waren alleine. Das weiß ich doch nicht. Ich war nicht dabei. Aber ich hab's dir doch gesagt. Da hättest du auch lügen können. Ja. Hey, ich war aber doch gar nicht beim Tobi und beim Erik. Aber du hast den Tobi angeblich tot gefunden. Und der hatte gerade noch gelebt, als du gesehen hast. Du kamst aus der Ecke, Erik. Ja. Ja, aber da hat der Tobi noch gelebt. Als du da rauskamst, da war der Tobi plötzlich tot. Also, Curry. Jeder weiß, dass du gerade Traitor warst. Ist normalerweise ein Rundelfast. Ich kenn diese Map-Pan. Huch. Ja, gut. Das ist natürlich sehr verdächtig. Ja. Geile Fake-Leiche, Pan. Riecht geil gemacht. Oh mein Gott, Alter. Du willst mich doch echt verarschen. Hey. Huch. Kommt die da runtergefallen, während ich da einfach zur Leiter hingucke. Weißt du? Was sagst du mit dem Scheiß? Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Das war so schlecht. Wir haben alle gemeint. Wir haben alle gemeint. Erik, komm mal bitte zur Leiter hin. Zu welcher? Wo es hoch zur Hütte geht. Die Pan muss da runterkommen, um uns zu töten. Voll geil, ey. Ich komme. Oh Mann, Alter. Ja, stopp, 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 stopp. Hühnchen. Hä? Vorsicht. Oh geil. Geh da weg, Erik. KFC aber. Erik, ich zeig dir, halt mal kurz die Stellung. Ja? Ich muss dir kurz was zeigen. Ich mein, der Timer läuft, ne? Sie muss hier runterkommen. Hier, Erik, guck mal. Huch. Huch. Guck mal, wir machen jetzt Roleplay. Ah! Die hat einen Bumerang in der Hand, Erik, geht er weg. Alle klar? Mann, sagst du in dem Moment, wo du da stehst, als ich huch meinte, du Arsch. Das ist so peinlich. Alles klar, wir haben einen Bumerang, Curry. Wir haben einen Bumerang. Geh, ha, 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 ha. Guck mal hier, Curry. Guck mal hier, oh, hallo. Zwillinge. Oh, du, 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 du. Hast du das wirklich gesehen, dass ich gesagt habe, Huch? Ja. Es ist so peinlich. Du machst mich jedes Mal, wenn er mich durchschaut, finde ich einfach schon so scheiße. Ja, da musst du vor allem immer loslachen. Das ist so schwierig, Mann. Ja, das ist mal alles. Ich bin weg. Ciao. Erik, mach dich bitte. Warst du im Tradershop? Du bist im Tradershop? Okay. Nein, das ist im Tradershop. Okay, zieh das aus dein Kopf. Hä? Ja. Ich glaube, Erik war schon wieder im Tradershop gerade. Hä? Was? Ich hab einfach auf dich gewartet, weil ich Curry gerade gesehen hab, wer das Fass weggebracht hat. Oh Gott, ich brauch Sushi! Ähm. Ich hab ne Waffel gefunden. Das freut mich, Pan, das ist echt toll. Ne Waffel wär jetzt geil. Boah, ne Waffel mit Puderzucker, Alter. Ja, Mann. Erik? Schönen Latte Macchiato. Erik? Alles klar, Pan hat wieder den Erik erschossen. So nicht Pan. So nicht Pan. So voll aus dem Augenwinkel einfach. Stoppt er mit dem Erik um die Ecke. Jawoll. Und hängt mich da schön an die Wand, weißt du? Jawoll, Alter. Boah. Alter. Hat ich hier nur los, ey. Was für den Geschmack? Aha, das ist der Geschmack von Erfolg. Herzlich willkommen zurück bei TTT. Oh Gott. Alter. Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgestürzt, Alter. Nein, nein, mach keinen Scheiß. Bitte. Ich kann mich zwar noch mal bewegen, aber ich hab nur Standbild. Warte, 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 warte. Sieht gut aus. Hä? 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 Du leuchtest hier ganz... Du bist hier... Ne, das sieht nicht gesund aus wiederum. Das sieht nicht gesund aus. Hä? Geht die Folge eigentlich jetzt noch weiter, oder Erik? Hase? Bist du Traitor? Nee. Ich glaube, du bist... Geht die Folge noch weiter jetzt? Spielen wir ernsthaft oder so? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, ich hab jetzt... Also ich nehm grad noch auf. Keine Ahnung. Ja, ich nehm auch grad noch auf. Aber wie viele Minuten wir sind? Äh, 23. Ja gut, dann können wir ja eigentlich auch Feierabend machen. Ja, oder wir können jetzt noch weiterspielen. Aber wir hatten Paaren gerade getötet. Ja, das würde ich aber auch gerne mal wissen, Alter. Ja, ich war das mit Sicherheit nicht. Ich war ganz anders. Ja, ich bin tot. Aber wieso redest du denn noch? Achso, ich wusste nicht, dass Feierabend spielt. Entschuldigung. Tobi, dann bist du ja Traitor. Warum schießt du auf mich? Weil du Traitor bist. Dann schieß ich jetzt zurück. Boah, du bist sowas von Traitor. Toll, Erik. Hä? Ich war nicht Traitor. Hä? Aber ich dachte, Curry ist tot. Nein. Nein. Aber seit wann schießt du denn dann sofort? Ja, ich weiß nicht, weil ich müde bin. Wieso glaube ich Curry überhaupt noch irgendwas? Wieso glaube ich Curry überhaupt noch irgendwas? Sollen wir einfach aufhören jetzt? Ja, lass uns aufhören. Echt, ich bin auch voller Arsch. Dann greifen wir uns doch einfach die Eichen drüber und dann läuft das. Hä? Ich wollte jetzt... Jetzt würde ich gerade gewinnen, aber na gut, dann machen wir Pause heute. Tobi, Alter. Also hier gibt es einen Single-Burger und einen Dammel. Ich will nicht wissen, was du bei dir so alles abgabeln kannst, Alter. Boah. Dann kannst du schon wieder mit so einer Spachtel drüber gehen. Auf jeden Fall! Du hast bestimmt richtig einen Gauda auf deiner eigenen Augen. Boah. 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 Ich habe Bergkäse mit Schokolade da dran, Alter. Boah. Aber so mit Schimmel, oder was? Boah. 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 Ey Erik, guck mal, warte mal. Tobi, soll ich dir mal kurz was zeigen, bevor wir jetzt noch gehen? Warte mal kurz, Tobi, ich bin hier draußen auf der Straße. Ja, ich bin hinter dir. Soll ich dir mal zeigen, wie ich zaubern kann, Tobi? Guck mal. Ja, zeig mal, komm. Hä, wo ist er hin? Hä, wie? Alter, was? Das verstehe ich nicht. Was? WTF? WTF, was ist denn hier los? Wah. Curry, wie hast du das gemacht? Hä? Hä? Au, Alter, wow, komm. Was hast du denn da in der Hand? Das ist ja geil. Guck mal, ich kann basteln. Sehr schön. So, jetzt aber. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss und tschüssigowski.